Kurzmachflug 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 Börnitz, 1000 Meter Schillingsfürst, Doppel, Insingen, Börnitz Kurzmachflug Prostmachflug Das war's für heute. Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 4,5 km WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wolfsau, natürlich. Wolfsau kenne ich nicht. Wolfsau kenne ich. Wolfsau kenne ich. Eieieiei. Eieieieieie. Eieieieieieie. Kreuzfeld. Restplatz Kreuzfeld. Wir sind unter euch. Der Plan verdiente den Namen Aktionsplan nicht, sagte der Chef des Verbraucherzentralen Bundesverbandes Behin. Es sei enttäuschend, dass künftig nicht mehr Geld für Lebensmittelkontrollen bereitgestellt würde. Bundesverbraucherministerin Aigner hatte sich gestern mit ihren Ministerkollegen aus den Ländern betroffen und sich unter anderem darauf verständigt, Lebensmittelkontrollsysteme sowie Strafen und Bußgelder zu überprüfen. In Berlin befasst sich heute das Bundeskabinett mit dem erweiterten Bundeswehreinsatz in Mali. Daran sollen laut Spiegel Online bis zu 330 deutsche Soldaten teilnehmen. Die Kabinettssitzung war vom regulären Mittwochtermin um einen Tag vorverlegt worden, damit der Bundestag noch am Freitag mit den Beratungen beginnen kann. Bis Ende des Monats könnte das Parlament den Weg für den neuen Bundeswehreinsatz freimachen. Gestern hatten bereits die EU-Außenminister in Brüssel grünes Licht für die Ausbildungsmission in Mali gegeben. Nach der Kritik an den Arbeitsbedingungen seiner Leiharbeiter hat der Online-Versandhändler Amazon einen weiteren Dienstleister gekündigt. Die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das für Unterbringung und Transport von Beschäftigten sowie für den Einsatz der Sicherheitskräfte verantwortlich war, sei beendet worden, teilte Amazon am Abend mit. Bereits am Mittag hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es die Zusammenarbeit mit einer umstrittenen Sicherheitsfirma beendet habe. Amazon reagiert damit auf eine TV-Reportage, hinterher gezeigt wurde, wie Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ausländische Leiharbeiter schikanierten. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst wird ausgefaltet. Anfragen mit rund 5000 Streitenden Lehrern und Beziehern gestern in Berlin schlagen die Bischofsägen in den öffentlichen Dienst der Winter und heute bis weit in ihren Arbeitskampf. Es soll in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Bremen geschrieben werden. Sie betroffen sind unter anderem Straßenmeister Rhein und Universitäten. Die Gewerkschaften fordern für die... Tja, Sicherheitsdienst, der seine Mitarbeiter, egal ob Ausländer oder nicht, schikaniert. Braucht man nicht. Kann gehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Nimmerwiedersehen. Welche Idioten. Ja, Amazon hat Probleme. Moment, wie man merkt, hört, liest. Die haben richtig Probleme. Der moderne Sklaventreiber hat einen Namen. Wirtschaft. Das ist nicht nur Amazon betroffen. Noch andere Firmen. Jede Firma, die Leiharbeiter beschäftigt, ist davon betroffen. Die haben mehr, die anderen weniger. So ist das Leben. Und solche Firmen müssen sich das Gefallen lassen, Sklaventreiber genannt zu werden. Hier irgendwann gibt es nur noch solche Jobs. Hier irgendwann werden die Jobs nur noch an Leiharbeiter vergeben. Dann werden die normalen Mitarbeiter auch gekündigt. Das dauert nicht mehr lange. Dann haben wir keine Angestellten mehr. Dann haben wir nur noch Sklaven. Und wer ist dafür verantwortlich? Der Politiker. Dann kommen dann solche Jobs. Ein Euro. Oder 400 Euro Basis. Ja. Ja. Oder 400 Euro Basis. Oder 400 Euro Basis. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 8 km. 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 9 km. 9 km. 9 km. 10 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 km. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Ja! Ja! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Ja! Ja! Ja!